Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder. Euer Odin und ich habe ein neues Unboxing für euch. Wollen wir die Adresse mal zuhalten. Ja, da seht ihr das schon. Achtung, ich habe da nämlich was Schönes. Das wird auch denke ich mal ein Vor-Unboxing, soweit ich weiß. So, von Xtra Habe ich was für euch bekommen. Einmal eine Akkubox. Ich werde das mal hier so hinstellen, damit man das so sieht. Das ist einmal die Akkubox, die ich bekommen habe. Oh geil, da steht so ein Xtra drauf. Mit dem Logo. Also sowas finde ich ja geil. So ein Gimmick, das auf sowas auch das Logo drauf ist, finde ich saugeil. Dann haben wir hier noch zweimal 18650er Dino Akkus. 3400 mAh. 3,6 Volt. Das sind diese hier. Davon habe ich zwei Stück. Auch von Xtra. Und ich habe extra mal nachgefragt, weil ich hatte die nicht so auf dem Schirm. Da steht auch 3400 mAh. 18650. Die sollen eine Ausgangslast, steht hier leider nicht drauf, aber von 20 Ampere haben. Oder warte mal, hier haben wir was. Ne, hier steht es leider auch nicht drauf. Das kann ich euch dann in die Videobeschreibung posten. Hier haben wir auch die Extra-Seite. Die werde ich euch auch drunter klatschen. Hier steht die aus Made in China und die englische Seite, also .com. Aber wir haben auch eine deutsche Seite. Einen deutschen, der das hier in Deutschland anbietet. Zwei Stück habe ich davon. Die werde ich dann auch testen. Und dann habe ich das VC Plus Master 2 Schacht USB Ladegerät. Und da habe ich dann hier noch die Anleitung dazu bekommen, in Deutsch. Die ist wirklich in Deutsch. USB Ein... Die ist komplett in Deutsch. Spezifikation, USB KFZ Adapter. Also komplett eine deutsche Anleitung. Wenn ich mal hier so hinpacken. Und das ist es. Das VC2 Plus Master. USB Charger vor... Und dann seht ihr das ja. Da kann man wohl auch die kleinen Batterien... Ach, hier ist das ja so abgebildet. Da könnt ihr das sehen. Da kann man so ja die normalen Batterien aus Fernbedienung und so laden. Und die großen. Ja, das ist jetzt das Vor-Unboxing. Weil ich habe ja hier mehrere Sachen drin. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich im richtigen Unboxing. Da werden wir das Ladegerät mal auspacken. Ich werde auch die... Ich weiß nicht, ob ich zu den Batterien ein extra Video mache. Jo, bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi. Sagt euer Odin. Ja.